Na dann mal los! Ups, du auch! Mach! Was ist los? Ups! Na los! Mir machst du keine Angst! Na komm! Findet ihn! Ähm... Ich bin hier, hinter dem Auto. Ha! 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 Hallo! Den hat die Wuppe! Den ist kein Werner Acker! Ohne Scheiß! Ich könnte bewaffnet sein! Nein, 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 nein! Wir steigen in der Welt! Hältst du dich für hart, Kumpel? Oh! Bist auch high! Weg hier! Na ja, auf Gang! Schuhen! Schuhen! Verdammt, was geht hier vor? WOOOOO! Wer hat denn den Wagen in die Luft gejagt? Ey Spacko? Ach, weißt du was? Ich komm euch jetzt im Nahkampf holen. Ende im Gelände. Ich genauso. So, dann nehmen wir das mit. Ein Fitnessarmband. Davon hatten wir ja schon ein paar. Oh, da ist Cash. Und das hatten wir ja schon. Gut, dass die Polizei mich nicht sieht. Und deswegen folgen wir der Polizei unauffällig. Warte. Ah, die ist unterirdisch. Das ist ja scheiße. So lange? Und dann würde ich gerne da rüber. Glaube ich. Psst. Keine Absicht! Das da drüben ist wahrscheinlich PvP. Das wollen wir ja nicht. Jetzt muss ich irgendwie da hoch. Irgendwann mit der Ruhe! Naja. Oh, ihr seht euch das Genie an! Meinen Tauben finde ich auch cool. Es ist schön, dass du irgendwelche Frag-mich-was-schieß-mich-tot-rollen kannst. Kannst du auch? Nein. Dann machen wir es so. Okay, dann erzähl mal. Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay. Das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Cool, man. Sehr cool. Aha. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie ist denn da drüben die Polizei? 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 Wie ist denn da drüben? Wie ist denn da drüben die Polizei? 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 Sie sind nicht autorisiert, dieses Fahrzeug zu schnauern. Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Oh oh. Ich stecke in Schwierigkeiten. Zentrale, können Sie das checken? Wir haben das jetzt im Film. Wir schauen nochmal. Wir versperren Ihnen den Weg. Boah. Alter. Ich glaube nicht, dass das Auto heil ankommt. Ihr Gesicht ist zu dunkel. Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz für schwarz. Nein, natürlich nicht. Verfolgung läuft. Verdächtiger ist wieder in Reichweite. Na toll. Na toll. Bleibt mit Händen und Füßen immer im Inneren des Tornados. Eingeweihte festhalten. Werden gemeinsam gehören die Straßen uns. Hey, hast du gerade was aus dem Film zitiert? Wrench, hast du das gehört? Ich bin ein micro-betriebenes KI-Auto. Wir versuchen ihn aufzuhalten. Was? Hast du gerade gesagt, der Wagen hat den Film zitiert? Ja. Aber das... Ich glaube nicht, dass ich hier heil rauskomme. ...sind auf dem Weg zum Verdächtigen. Zentrale, wir drehen um. Vielleicht läuft er uns über den Weg. Was war das denn für eine beknackte Aussage? Eine Streife hat die Verfolgung aufgenommen. Nein! Wir versuchen ihn zu placken. Ey, wie viele Polizeiwagen haben die denn schon wieder? Noch eins. Ja, ja, zieh du mal zu. Oh, oh. Nein! Mann, ihr seid doch fies. Das Auto ist hinüber. Ich weiß, dass es beknackt ist, auf geraden Straßen zu bleiben, aber... Eine Streife hat die Verfolgung aufgenommen. Wir versperren den Weg. Mach das. Mach das. Ich habe mich erwischt. Oh.